Du siehst gerade eine sehr schöne Frau, sie gefällt dir sehr gut, aber du hast dich die Eier in der Hand, diese Dame anzusprechen. Kommt dir diese Situation bekannt vor? Ja, dann fühlst du dich auch nicht alleine, ja? So geht es vielen Männern da draußen, der Großteil der Männer traut sich nicht, Frauen anzusprechen. In diesem Video gehen wir darauf ein, woher oder warum wir Männer Ansprechängste haben und am Ende, was wir dagegen tun können, welche Lösungen es gibt, diese Ansprechängste eben nicht mehr zu haben, zu minimieren und die Traumfrauen in dein Leben zu ziehen. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind ein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und natürlich verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Warum haben wir Männer Ansprechängste? Zum einen kommen die Ansprechängste aus unserer Vergangenheit. Ja, früher war es mal so, wir haben in Stämmen gelebt und jetzt stell dir mal vor, du sprichst jetzt eine Frau an und zufälligerweise ist es entweder die Tochter oder die Frau des Häuptlings. Und was machst du dann? Der Häuptling kriegt es mit. Im schlimmsten Fall hat er dir eine Keule über den Kopf gehauen und dann wärst du tot. Und im zweitschlimmsten Fall hat er dich einfach verstoßen. Und alleine damals zu überleben in der Wildnis war auch mehr oder weniger ein Todesurteil. Ja, dementsprechend hat man Todesangst. Ja, das muss man sich mal bewusst machen. Dasselbe ist auch mit Ablehnung. Du hast Angst, einen Korb zu bekommen. Kein Mensch liebt es, Körbe zu bekommen. Ich hatte damals auch große Angst, hab mich nicht getraut. Und nach dem Korb war es ein unangenehmes Gefühl. Ja, daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Heute tangiert es mich nicht. Jetzt weiß ich, okay, die Frau hat einfach meinen Wert nicht erkannt. Da drüben, gleich um die Ecke, die nächste Frau, die sieht sogar besser aus. Let's go. Ja, aber das war ein Prozess, um dieses Mindset erstmal zu entwickeln. Und jetzt ist es so, wenn du einen Korb bekommst, denk dein Körper, dein Kopf, ja, auf Scheiße, ich bin wieder verstoßen. Ich bin wieder alleine und dem Tode nahe, ja. Wir leben eben nicht mehr im Wildnis, im damaligen Höhlenzeit oder Mittelalter, wo man wirklich durch jede Kleinigkeit sterben konnte, Angst haben musste zu überleben. Heute leben wir in einer modernen Industriegesellschaft, wo es uns Gott sei Dank so gut geht, dass wir eben nicht täglich um das Überleben fürchten müssen. Aber unser Kopf weiß das nicht, da wir eben genetisch mehr damals orientiert sind, als wir modern angepasst sind. Und das ist ein großer Grund, Ablehnung und Ansprechangst durch die Vergangenheit. Und ein anderer Punkt ist vor allem auch, viele Männer in der modernen Welt haben Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ich bin zu hässlich, ich bin zu fett, ich bin zu klein, ah, ich verdiene zu wenig, bla, bla, bla. Man hat wirklich so viele Ausreden, Komplexe, dass man eben nicht gut genug ist. Das haben auch Frauen auch, leider, ja. Aber es geht jetzt um Männer. Und dann natürlich traut man sich nicht, die anzuspenden. Man denkt, okay, die ist doch eh zu schön für mich, die spielt zehn Ligen über mir, die ist ja besser als Erling Haaland, als im Fußball. Nein, das ist das falsche Denken. Wenn du eine schöne Frau haben willst, dann musst du als allererstes auf sie zugehen. Sie wird in der Regel nicht auf dich zukommen, ja. Und das ist der erste Schritt. Ob du dann für sie gut genug bist, das entscheidet sie. Aber du gehst hin. Du nimmst erstmal diese Chance wahr. Und das haben viele Männer eben nicht, weil sie eben diese Komplexe haben. Dann kommt hinzu, sozialer Druck. Zum einen in der Schule haben wir Regeln, Normen kennengelernt. Man sollte nicht aus der Reihe tanzen. Wenn man was gemacht hat, hat man dann dementsprechend eine schlechtere Note bekommen oder wurde halt ermahnt oder auf einen rumgeschimpft. Und das ist genau dasselbe heutzutage. Heutzutage haben wir noch das Problem, man spricht ja keine Frauen an. Das macht man nicht. Das ist übergriffig. Und man hat Angst, wieder ausgestoßen zu werden aus der Gesellschaft. Und natürlich auch abgelehnt zu werden bei Andersdenkenden. Man hat Angst, ich schwimme nicht mit der großen Masse mit. Die denken, ich bin doch so schlecht. Und solche Sachen. Dann gibt es heutzutage auch den modernen Feminismus, der leider nicht mehr die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Blick hat, sondern wirklich ein Männerhassbild auf dieser Welt hat. Wenn du eine Frau ansprichst, bist du ein Sexist. Das ist übergriffig. Die Frau wollte das doch gar nicht. Dann frage ich mich, woher willst du es wissen, ob die Frau gerade Bock auf mich hat oder nicht? Woher willst du es wissen, ob sie gerade Bock hat, meine Hand zu halten oder nicht? Warst du dabei? Hast du die Frau gefragt? Kannst du dich reinversetzen? Nein. Du laberst aus deiner Bubble und möchtest, nur weil ich ein Mann bin, mich schlechtreden. Das habe ich selber schon erlebt bei meinen ganzen TikToks. Linke Bubble ist da, vor allem moderne Feministin. Und dann hat man natürlich als Mann Angst, okay, wenn ich jetzt eine Frau auf eine respektvolle Art und Weise anspreche, dass man gleich als Vergewaltiger gilt oder wie Till Lindemann einen Shitstorm bekommt, und dann kann ich das auch verstehen, man hat einfach Angst davor. Und das ist das nächste Problem. Man hat eben nicht mehr diese Stabilität. Man traut sich das nicht. Man hat keine Ecken und Kanten. Und das kommt auch daher, weil man eben keine guten Rollenbilder mehr hat. Wenn man sich vorstellt, welcher Vater von euch ist so ein richtiger sozusagen Alphatier, der vieles im Leben gerissen hat, der weiß, wie man mit Frauen umgeht, der sich auch durchsetzen kann. Das sind die wenigsten Männer heutzutage. Und dementsprechend auch deren Kinder nicht. Und das ist auch ein Grund, wo du Angst herkommst, weil du eben diese Stabilität durch deine Eltern nicht bekommen hast, vor allem durch deinen Papa als Rollenbild. Und dementsprechend bist du unsicher und nicht selbstbewusst. Dann kommt noch hinzu, du hast vielleicht mal früher schwere Erfahrungen gemacht. Im Bereich Schule wurdest du gemobbt, gehänselt und hast Angst wieder diesbezüglich, wenn du eine Frau zum Beispiel ansprichst, gemobbt zu werden, gehänselt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Man sieht, es wiederholt sich, Ausgrenzung, Todesangst. Im weiteren Sinne, das sind eigentlich die Hauptthemen. Natürlich geht es nochmal viel, viel, viel weiter. Ja, ich bin auch kein Psychologe. Und wenn wir das Thema ausführlich angehen wollen, dann werden wir auch mehrere Stunden darüber reden. Ich versuche es jetzt kurz und knapp zu machen. Und was auch ein großer Punkt ist, das sieht man heutzutage, ist die Politik. Ja, wenn die regierende Meinung eben nicht konform ist mit deiner, wirst du ausgegrenzt. Man sieht es jetzt aktuell zu diesem Thema kurz. Politische Meinung könnte jeder haben, wie er wollte. Bitte in den Kommentaren nicht beleidigen. Es ist scheißegal, welche Meinung du hast. Bitte Respekt voreinander haben. Heute sieht man, die AfD steigt in den Umfragewerten. Die Regierung verdonnert sie als Teufel, als Nazis, als Querdenker. Also die Leute, die diese Partei jetzt wählen wollen, weil sie mit den aktuellen Umständen nicht zufrieden sind. Ob man diese Partei mag oder nicht, das sei dahingestellt, werden sofort in eine rechte Ecke, in ein stigmatisiertes Rollenbild, Eckenbild gesetzt. Man wird ausgegrenzt von der politischen Kaste. Und das natürlich übernimmt auch die Gesellschaft. Und davor hat man auch Angst. Wenn die Politik jetzt sagt, Frauen ansprechen ist eine Straftat, dann würde sich keiner mehr das trauen. Und das ist auch ein großer Punkt, warum wir Männer Ängste haben. Und jetzt, welche Lösungen es gibt. So, was du jetzt aktiv machen kannst, um deine Ansprechängste loszuwerden. Ganz simpel, gibt ein paar Punkte. Der größte Punkt ist vor allem, rausgehen, was ändern. Du musst raus und in eine Komfortzone springen. Das kann dir keiner übernehmen. Wenn du wirklich eine hübsche Frau in deinem Leben haben möchtest, dann musst du rausgehen, die Eier finden und sie ansprechen. Wie geht das? Was kann dir dabei helfen, eben selbstbewusst zu werden? Arbeite an deinem Aussehen zum Beispiel. Wenn du merkst, du bist übergewichtig, jetzt nicht der Größte, geh ins Fitnessstudio. Bau dir Muskeln auf. Werd attraktiver. Pflege dich. Hab einen schönen Bart. Sei schön, deine Haare schön frisiert. Zum Beispiel, ich hab mir heute die Haare schneiden lassen, die Seiten. Lass jetzt meine Natur locken, weil ich damit auch sehr lieben kann. Auch wenn viele, die nicht so mögen. Ich stehe dazu. Locken sind geil. Das nächste ist, kannst auch politisch was verändern. Geh raus. Ja, ändere. Kämpfe für diese Rechte für uns Männern. Oder arbeite an deinem Erfolg. Unternehmerisch zum Beispiel. Wenn du finanziell frei bist, dann hast du auch mal ein Selbstbewusstsein. Dann sagst du, hey, schau mal, ich hab ein Unternehmen aufgezogen. Ich bin reich. Ich hab eine große Brust. Ja, zu Recht. Du hast auch viel Zeit, Arbeit und Disziplin reingesteckt. Ja, Glaubenssätze ist vor allem eines der größten Punkte. Wenn du deine innere Einstellung nicht änderst, dann wirst du im Leben, egal in welchem Bereich, nicht erfolgreich werden. Wenn du dir immer einredest, du bist zu schlecht, du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht machen, dann wirst du es auch nicht machen. Du musst dir einreden. Du bist so toll, wie du bist. Aber da geht noch mehr. Ich bin jetzt zufrieden mit mir, aber hey, nächstes Jahr, das will ich erreichen. Das kann ich erreichen. Da kann ich nochmal 5 Kilo verlieren. Da kann ich Muskeln aufbauen. Da kann ich investieren. Da kann ich nochmal Geld verdienen. Da gehe ich raus. Diese schöne Frau nehme ich in mein Leben. Die ziehe ich an. Die date ich auch noch. Die wird meine Frau. Und, und, und. Ja. Ändere deine innere Einstellung. Du kannst es. Es gibt kein, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so gut. Es gibt nur, ich kann es. Ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich bin. Aber ich gehe jetzt raus und komme dahin, wo ich hin möchte. Das ist Mindset. Und das lernst du bei uns auch im Coaching. Männern zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, die wirklich in ihrem Leben was reißen wollen. Auch im Bereich Dating und Frauen. Ja. Und natürlich neben Sport, Pflege, Ernährung und andere Dinge. Du musst rausgehen. Das nimmt dir keiner ab. Das habe ich auch am Anfang gesagt. Du musst deine Komfortzone sprengen. Das kannst du auch nur durchs Tun. Nicht durch Videos schauen. Du kannst dir mein Video schauen. Mehrere meiner Videos schauen. Die sind hilfreich und nützlich. Du kannst dir von anderen Datingcoaches Videos schauen. Aber nichts wird diese Aufgabe übernehmen, selber rauszugehen, auf Frauen zuzugehen und dein Datingleben in deine eigene Hand zu nehmen. Denn das ist dein Leben. Das werde ich nicht für dich leben. Und da haben die meisten Männer Probleme. Was ich auch verstehen kann. Das behandelt dieses Video. Das letzte Video. Und da gibt es auch eine einfache Lösung. Ein Coaching. Warum? Sich professionelle Hilfe zu holen. Egal im Bereich Ernährung, Sport, Fitnesstrainer oder andere Dinge. Business Aufbau. Business Coaching. Bei Leuten, die wirklich Ahnung haben von der Materie. Ist nichts Schwaches. Sondern genau das Gegenteil. Du gestehst dir ein. In diesem Thema hast du Defizite. Da brauchst du professionelle Unterstützung. Und wenn du zum Beispiel bei uns ein Datingcoaching boost mit uns machst. Dann werden wir mit dir zielsicher diese Ängste rausbekommen. Wo du noch Hindernisse hast, um auf Frauen zuzugehen. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner natürlichen Art und Weise nicht nur das Beste aus dir rausholen kannst. Sondern natürlich anziehend für viele Frauen wirst. Und ein erfülltes Sex- und Datingleben hast. Das heißt, dass du wirklich regelmäßig neue Frauen in dein Leben ziehen kannst. Und mit ihnen eventuell nicht nur Spaß. Sondern auch, wenn da eine dabei ist, wo du sagst. Boah, die ist es, die du deiner Frau machst. Und das liegt alles in deiner Hand. Und hier unten in der Videobeschreibung ist unser Kontaktformular. Zögere nicht. Trag dich ein. Und starte mit deinem Datingleben. Gehen wir deine Ängste gemeinsam an. Und machen aus deinen Selbstwürsten, gut aussieden, Frauen und Helden. Und dieses Potenzial hast du, der gerade zuschaut. Und warum wartest du noch? Verschwemd deine Lebenszeit nicht. Let's do. Und ansonsten hoffe ich, dass dieses Video dir gefallen hat. Und natürlich viel Spaß mit weiteren meiner Videos. Aber wichtig. Rausgehen. 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 Das nimmt dir keinen ab.